hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten video tutorial in diesem video tutorial zeige ich euch heute das tool abp blog zum beispiel es gibt seiten wo man einfach werbung hat wie zum beispiel hier diese bilder so dass du heißt abp blog wie schon gesagt dann gehen wir einfach mal bei google abp so dann klicken wir so und dann findet erst gleich bei addons für mozilla auch wieder nur für firefox dann laden wir uns herunter so ist ja die stadt neu was ich nicht braucht da ich es schon habe so die einstellung kann man auch alles so lassen dann geht man eben auf die seite wo die werbung ist dann macht man rechtsklick auf ein bild aber direkt das bild dann hier adblock plus grafik blockieren ja okay ich habe schon mal plus adblock das normale ist genauso wie das dann kann man hier eben aussuchen das ständchen heißt für alle in für alle bilder in diesem ordner aber ich mache das heute mal einfach nur so als nutzer definiert also nur dieses bild filter hinzufügen so weg ist es sieht man auch nicht mehr dann hier auch noch so ich mache einfach mal so und dann sieht man hier sind die schon weg und den im raum die die einnehmen wird freigegeben und gleich herangeschoben so gesagt ja okay das war mein zweites video tutorial ich hoffe das reicht euch ja also bis dann und bis später tschüss